Die Isla Sorna ist uns als Schauplatz vom zweiten Jurassic Park Film The Lost World und Jurassic Park 3 bekannt. Und gleich nach dem dritten Jurassic Park Film wurde es auch wieder relativ still um die sogenannte Anlage B, die Brutstationsinsel zum Jurassic Park. Gerade deswegen häufen sich die Fragen im Internet, was denn aus Anlage B wurde, was wurde aus der Isla Sorna. Gibt es dort nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion überhaupt noch Dinosaurier oder eine noch viel apokalyptischere Frage, existiert Isla Sorna nach den Ereignissen von Jurassic World Dominion überhaupt noch? Genau mit diesem Thema und mit diesen beiden Fragen befassen wir uns jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne ihr Lieben, viel Spaß. Ja ihr Lieben, tatsächlich habe ich mich jetzt mit der Frage, was aus der Isla Sorna nach Jurassic World Dominion wurde, sehr intensiv beschäftigt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Frage, ob noch Dinosaurier auf der Insel existieren, fast genauso häufig gestellt wird wie die Frage, ob die Insel überhaupt noch existiert. Und ja, auch hier muss ich ganz klar sagen, dass alle beide Fragen sehr gerechtfertigt sind, denn wie eben gerade auch schon im Intro erwähnt, taucht die Isla Sorna nach Jurassic Park 3 nicht mehr wirklich im offiziellen Kanon auf, zumindest wenn wir einfach nur die Filme vor Augen behalten. Es gibt hier und da bestimmte Einträge im Dino Tracker oder auch von der Dinosaur Protection Group, die darauf ein bisschen eingehen, was mit der Insel passiert sein könnte. Wir werden jetzt allerdings hier mal sämtliche Artikel, sämtliche Verweise und sämtliche Aussagen analysieren und schauen, ob wir wirklich herausfinden können, ob die Insel möglicherweise auch einfach gar nicht mehr da ist. Jurassic Park 3 endet damit, dass Alan Grant und die Kirbys und natürlich auch Billy von der Insel geborgen und gerettet worden sind. Die Isla Sorna bleibt, während der Helikopter im Sonnenschein verschwindet, hinten im Horizont zurück. Das wollte ich einfach nur ganz kurz mal sehr bildlich malen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da am Ende wirklich ein Sonnenuntergang gewesen ist, aber rein vom Bildlichen her, rein vom Malerischen her, ist das ja eigentlich so gewesen. Wir haben nach dem Ende von Jurassic Park 3, ja, konnten wir so einige Sachen spekulieren, beziehungsweise haben wir noch ein paar Infos über die Isla Sorna bekommen, die auch nach Jurassic Park 3 mehr oder weniger gedroppt wurden. In der Animationsserie auf Netflix mit dem Titel Jurassic World Camp Cretaceous oder eben zu deutsch Jurassic World Neue Abenteuer, da erfahren wir, dass der ein oder andere Dinosaurier von der Isla Sorna weggeschafft und auf die sogenannte Mentakorp-Insel gebracht wurde, die ja komplett im Geheimen liegt. Unter anderem zählen dazu der Spinosaurus, welcher tatsächlich derselbe Spinosaurus ist, wie der aus Jurassic Park 3. Also das hier ist wirklich dasselbe Exemplar, obwohl er anders aussieht und sich auch anders anhört und irgendwie auch anders verhält. Ich habe euch schon mal ein Video zu dem Thema gemacht, das habe ich euch gerade mal da oben links in der Ecke verlinkt, da könnt ihr gerne mal draufklicken. Da haben wir das ganze Thema auseinandergenommen, aber so viel sei schon mal gesagt, ja, das ist wirklich offiziell bestätigt, dass das hier derselbe Spinosaurus ist, wie der in Jurassic Park 3. Ebenso wissen wir, dass Mentakorp 2 Tyrannosaurus mit auf die eigene Insel verfrachtet hat, die wir als Großfresschen und Kleinfresschen kennen. Und um hier mal ganz kurz eine Theorie in den Raum zu schmeißen, die ich ebenfalls bei der Recherche gerade gelesen habe, der Bull T-Rex aus Jurassic Park 3, der dem Spinosaurus zum Opfer gefallen ist, könnte tatsächlich theoretisch das Männchen dieser Gruppe sein. Denn wir wissen ja, dass Little E.T. das Kind ist und Big E.T., also Großfresschen, ist die Mutter. Das heißt, der Vater fehlt und das könnte im Endeffekt darauf hindeuten, dass der Spinosaurus in Jurassic Park 3 tatsächlich den Vater von, naja, von Little E.T. umgebracht hat. Dazu komme ich aber nochmal in einem separaten Video, auch da habe ich schon ein bisschen was dazu aufgearbeitet. Auf jeden Fall wissen wir, dass alleine Mentakorp bereits zuvor Dinosaurier von der Isla Sorna auf die eigene Insel verschafft hat. Interessanterweise oder bedauerlicherweise liegen uns hier allerdings keine Jahreszahlen für den Transport vor. Es gibt bestimmte Theorien und bestimmte Ideen, wann das Ganze passiert sein könnte, aber die haben eine unfassbare Zeitspanne. Also es gibt Theorien, die behaupten, das Ganze muss schon vor Jurassic World passiert sein, andere sagen, nö, das muss erst irgendwann zwischen Jurassic World 1 und 2 passiert sein. Und das gibt dann auch nicht wirklich gute Begründungen dafür und auch keine Begründungen, die sich irgendwie auf offizielle Daten stützen. Von daher müssen wir ganz klar sagen, ja, der Zeitraum, der ist bisher erstmal noch im Geheimen, zumindest was den Transport der Mentakorp-Insel angeht. Warum das Jahresdatum hierbei eigentlich relativ wichtig ist, darüber reden wir gleich. Denn ebenso erwähnte Ramsey in Jurassic World Dominion, dass die Firma Biosyn, die erste Generation von Dinosauriern, die sie eben im Biosyn Valley beherbergt haben, dass auch die von der Isla Sorna nach Italien transportiert wurden. Und ja, auch hier liegen uns natürlich keine genauen Daten für den Transport vor. Was wir im Falle von Biosyn allerdings aus den Daten der offiziellen Jurassic Timeline entnehmen können, ist, dass hier beschrieben wird, dass Biosyn bereits vor den Ereignissen von Jurassic World Fallen Kingdom einige Dinosaurier von der Isla Sorna ins Biosyn Valley exportiert hat. Das sind jetzt zwar keine genauen Daten, aber immerhin besser als das, was wir über die Mentakorp-Insel wissen. Ebenfalls soll laut Gerüchten, das ist nichts Offizielles, laut Gerüchten soll dieser Transport von Biosyn irgendwann zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World passiert sein. Warum ist eine ungefähre Zeiteinschätzung bei der Frage, was mit der Isla Sorna passiert ist, denn jetzt so wichtig? Naja, ganz einfach, weil wir uns jetzt hier um eine sehr, sehr weit verbreitete Theorie da draußen kümmern müssen. Und diese Theorie besagt, dass die Isla Sorna schon längst nicht mehr existiert. Tatsächlich soll die Insel kurz nach den Ereignissen von Jurassic Park 3 zerstört worden sein. Und der Zeitraum einer Evakuierung der Dinosaurier in Biosyn Valley kurz nach den Ereignissen von Jurassic Park 3 würde in dieses Zeitfenster perfekt hereinpassen. Die Frage ist jetzt nur, woher kommt diese Theorie überhaupt? Und ja, die Antwort darauf ist relativ einfach. Grund hierfür ist das Game Boy Advance Spiel Jurassic Park DNA Factor, in welchem man Schauplätze der Isla Sorna besucht. Als Spieler schlüpfen wir entweder in die Rolle des Fotografen Mark Hansen oder seiner weiblichen Variante, deren Name ich aber gerade nicht mehr auf dem Schirm habe, die jedoch beide als Fotografen zur Dokumentation der Insel angeheuert werden und naja, dann nachdem ein Blitz in das Flugzeug einschlägt, ebenfalls auf der Isla Sorna landen oder eher, naja, stranden, abstürzen auf jeden Fall. Ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Ihr merkt schon, das Ganze ist auf jeden Fall eine sehr hanebüchene Geschichte. Und diese Geschichte, wenn man sie in Anführungszeichen so bezeichnen kann, ich meine, viel mehr Story ist dann wirklich auch nicht dahinter, außer dass wir in dem Spiel DNA-Procken zusammensuchen müssen, die aus demselben Flugzeug gefallen sind und wir halt über die Insel laufen und versuchen müssen zu überleben. Aber genau dieses Spiel wurde damals zum Marketing von Jurassic Park 3 als eine direkte Fortsetzung zum Film verkauft. Beziehungsweise gab es eben einfach Werbesprüche und Plakate, die angeteasert haben nach den Ereignissen des Films, also nach den Ereignissen von Jurassic Park 3 und dann haben wir eben dieses Spiel bekommen. Das soll also chronologisch nach der Handlung von Jurassic Park 3 spielen. Im letzten Level dieses Spiels, wenn dann wirklich, welche Person wir auch immer gewählt haben, es schafft, sämtliche DNA-Procken wieder zusammenzusammeln und die Insel zu verlassen, treffen wir noch einmal auf einen wirklich zu groß geratenen Spinosaurier. Also hier ist wirklich ein Meister am Werk gewesen, da ist die Proportion wirklich außer Kontrolle geraten. Auf jeden Fall müssen wir hier vor dem Spinosaurus flüchten. Und ja, auch das soll derselbe Spinosaurus sein wie der in Jurassic Park 3 aus dem Film. Wenn uns diese Flucht gelungen ist, haben wir noch einen letzten Bereich von dem Level, wo wir dann wirklich vom Dschungel bis hin zum Strand rennen müssen, während Bomben auf der gesamten Insel abgeschmissen werden. Ja, genau, das Militär bombt die komplette Isla Sorna weg, bis wir dann ganz zum Schluss nur noch sehen, wie eine gewaltige Explosion die gesamte Insel vernichtet. Und jetzt ganz tief einatmen, alles cool, ihr könnt euch wahrscheinlich auch schon denken, Nein, das Spiel ist nicht offiziell Kanon und das Spiel war auch niemals offiziell Kanon. Wenn wir ganz viel Glück haben, wird dieses Spiel auch niemals offiziell Kanon sein. Es sei denn, irgendeiner von euch schreibt jetzt auf Twitter, ey, Colin Travel Row, wie wäre es, wenn wir das mal Kanon machen würden? Und der würde einfach sagen, ja, ist jetzt Kanon, deswegen lasst das auf jeden Fall. Wir können also diese Theorie schon mal beiseite legen. Nein, die Isla Sorna wurde nicht in die Luft gesprengt. Jetzt schauen wir uns mal offizielle, aktuelle Daten aus dem Film Kanon an. Denn da gibt es auch so einige. Der sogenannte Dino Tracker, über den wir hier auch schon öfter mal gesprochen haben, ist eine relativ, ja, eine relativ aktuelle Orientierung bei der Frage, ob die Insel überhaupt noch existiert. Und da können wir uns einfach mal den Standpunkt Costa Rica genauer anschauen und uns dann zum eigentlichen Standpunkt der 5 Tode vorarbeiten. Hier können wir auf jeden Fall schon einmal sehen, ja, die Isla Sorna ist definitiv noch da. Dabei müssen wir zwar auch berücksichtigen, dass der Dino Tracker nicht wirklich auf dem aktuell, aktuellsten Stand gehalten wird. Wenn wir uns nämlich einfach mal das Biosyn Valley hier anschauen, dann merken wir, dass in Biosyn Valley immer noch als Geschäftsführer Louis Dodgen eingetragen ist. Wir wissen ja, das kann nicht sein, das wird auch nicht mehr sein. Sogar wenn er überlebt hätte, wäre der jetzt nicht mehr Geschäftsführer. Von daher wurde der Dino Tracker bisher nur in bestimmten Arealen weiter aktualisiert. Andere hat man eben dann nach dem Kinostart von Jurassic World Dominion einfach so ein bisschen, naja, stehen lassen, wie eine stehen gebliebene Uhr. Da fehlen uns einfach noch irgendwelche Daten, die jetzt dann für die Zukunft möglicherweise wichtig sein werden. Möglicherweise aber eben auch einfach nicht. Da wir jetzt eine Frage aus dem Weg geräumt haben, können wir uns nur mit der nächsten Frage beschäftigen. Gibt es noch Dinosaurier auf der Insel oder wurde die komplett von Biosyn und Mentakorp und irgendwelchen Schwarzmarkthändlern leergeräumt? Was wir auf dem Dino Tracker selber allerdings ebenfalls immer noch betrachten können, sind bestimmte Dinosaurierarten, die an Land gekommen sind, die von der Isla Sorna stammen. Und zwar abseits von der Serie Jurassic World Camp Cretaceous, das haben wir eben gerade schon besprochen. Nein, hier können wir ebenfalls noch sehen, dass zum Beispiel die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 irgendwie an Land gekommen sind. Weshalb man davon ausgehen kann, dass nicht nur große Firmen wie jetzt Biosyn ihre Hände damit im Spiel haben, nein, sehr wahrscheinlich auch der Schwarzmarkt, beziehungsweise eigentlich, ich würde sogar schon fast als Fakt betiteln, denn wir wissen ja aus Jurassic World Chaos Theory, dass der Schwarzmarkt einfach komplett skrupellos Dinosaurier von A nach B schifft und ich gehe mal davon aus, dass sie da ebenfalls die Isla Sorna nicht einfach außer Acht lassen werden. Warum die Sorna nicht irgendwie militärisch geschützt wurde, das bleibt weiterhin ein Riesenrätsel. Ey, das Jurassic Universum lässt ultra viele Fragen offen, was die Sicherheit generell seit Jurassic World angeht, aber trotz allem können wir eben beobachten, wie Dinosaurier von der Sorna aufs Festland gebracht wurden. Zum Zeitpunkt von Jurassic World Dominion ist die Insel auf jeden Fall definitiv noch da und die Population müsste mindestens auf das Minimum herunterreduziert worden sein. Ob die Insel in kommenden Filmen nochmal eine Rolle spielen wird, das ist bisher unklar. Was jedoch klar geworden ist, ist der traurige Fakt, dass John Hammonds Appell an die Menschheit beiseite zu treten und die Tiere in Frieden auf der Sorna ihren eigenen Weg gehen zu lassen. Das ist reines Wunschdenken gewesen, da die menschliche Gier nach Macht und nach Geld dazu geführt hat. Naja, dass sich die Welt inzwischen mitten in der von Ian Malcolm benannten Chaos-Theorie befindet, welche er ganz einfach als das Unvorhersehbare betitelte und genau so kann man das ebenfalls einschätzen. Und genau so ist es ja auch gekommen, die gesamte Jurassic-Welt ist aktuell sehr unvorhersehbar, was auch so ein kleiner Meta-Gag in unsere Richtung sein kann, denn auch wir wissen immer noch nicht, was uns in Zukunft alles erwartet. Unvorherbare Ereignisse werden definitiv passieren und wer weiß, vielleicht erfährt die Menschheit in den kommenden Jurassic-Filmen sogar am eigenen Leib, wie schnell es tatsächlich gehen kann, dass die eigene Spezies plötzlich vom Aussterben bedroht ist. Und damit habt ihr hier eure Antwort. Zumindest eine Antwort, die euch hoffentlich minimal befriedigt. Ja, die Isla Sorna ist zum Zeitpunkt der Ereignisse von Jurassic World Dominion definitiv noch am Start gewesen und ich schätze mal, sie wird auch danach immer noch existieren, weil es einfach keinen Grund geben würde, die Insel in die Luft zu jagen, wie in dem Gameboy-Spiel Jurassic Park 3 DNA-Factor. Was allerdings genau mit der Insel passiert ist, da können wir nur weiterhin Spekulationen anstellen, ob es dort noch Dinosaurier gibt oder eben nicht. Die Frage bleibt weiterhin offen und die Frage soll auch weiterhin offen bleiben. Da Universal sich hier noch ein paar Türen offen halten möchte, um mögliche Geschichten weiterzuerzählen. Aktuell wissen wir nichts davon, dass die Isla Sorna in kommenden Projekten noch einmal eine Rolle spielen würde beziehungsweise eine Rolle spielen sollte. Möglicherweise erfahren wir aber eines Tages, was genau auf der Insel passiert ist. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Gerne auch ein Feedback zu dem Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.